So, das sind die Kleinsten aus unserem Programm. Ich habe das ganz toll geübt. Und dann haben wir mit den kleinen Kinderprogrammen, das werde ich Ihnen mal jetzt so ein bisschen zeigen. Sie werden jetzt etwas hören. Wer möchte überhaupt das machen, mal aufstehen. So, das ist ihr? Sient. 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 Jawoll! Okay! Allein! Wir haben noch den Flo, das Ziel ist. So viel, wie wir da kommen, wie wir treffen. Ei! Das ist ein Hafer-Finger, der Schiff. Warum die Gegner, wo ich die Marke gebe, oder wo ich die Aufhabe zu bewegen? Ich bin jetzt zum nächsten Mal. Aber erstell das mal. Wir haben hier ein Hafer-Finger. Ich bin jetzt da infer-Finger. Ich habe hier ein Bauch.